Herzlich Willkommen zur 2. bzw. 44. Folge Masotorio mit Maximilian. Moin Moin. Moin Moin. So. Auto. 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 Zehn davon, ok. Pfff! Pfff! Boah! Chaosfall hier, glaub ich. Ach, ja. Ok, ich brauch noch einiges an Kupferplatten. Shit. Sechs Kupferplatten. Sechs mal fünf sind 30 Kupferplatten. Ach du jemine. Ach gut, wir bereiten uns schon mal Wundenboots vor. Noch Holz? Nein, für was brauchst du Holz? Rommesten. Nee, dann kann ich dir leider nicht helfen. Aber warte, 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 warte. Ich kann schnell ein paar Wundenboots abbrechen. So, dann habe ich auch Holz. Ah, das ist ein Kupfer. Das war Oberwald Kupfer. Ja, ich brauch noch ein bisschen was an Kupfer. Und zwar, um ziemlich genau zu sein. Noch 24. Okay, für den Rest des unteren Endes an Eisenbahn bist du zuständig. Ja, wenn du mir noch fünf, ne, beziehungsweise vier Worts machst. Was für Worts? Basic, äh, Circuit Worts. Kupfer fehlt. Ja, genau. Kupfer fehlt. Weißt du, was das Problem ist? Ich brauche Kupfer, äh, Stromwesten. Und ich brauche genau gleich viele, äh, Platten, wie... Ne, ich glaub nicht. Ich brauche zwei weniger. Das glaube ich nicht. Weil Stromwesten brauchen zwei Kupferplatten und... Vier. Wieso vier? Zwei Kupferkabel. Zwei Kupferkabel macht vier Kupferplatten. Alter. Könnt ihr noch ein Wundenboot geben, wenn ihr das hilft? Ich habe 263 Wundenboots. Also helft ihr erst nicht. Ich gebe jetzt zwei Platten. Ab, Kleiner hat gerade genau gepasst. Okay. Keine immer geblieben. Ah, jetzt. Ich habe mir schon zwei über die rausgeklaut. Deshalb hat es eins. Kommentar. Wer ist auch Köln? Äh, zwei, warte mal. Zwei, 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 zwei. Ich brauche jetzt noch zehn. Ähm, Kupferplatten, dann kannst du den Rest haben. J Document. Hast du noch Erz Förderer. Äh, für Eisen und... Kupfer und Kohle für Schmelze? Ja, ab fünf Stück. Darum halt uns ab kümmere ich mich. Du musst nur Wasser und Schmelze aufbauen. Nein, dass das hier mal ein bisschen schneller geht, weil wir brauchen halt jetzt erstmal massiv Kupfer. Wenn du Strom hinlegst? Ich hab keinen Strom. Gar nicht. So, 10. Lässt mich doch mal raus bitte. So, jetzt bin ich auch erstmal weg hier. Aber nur erstmal. Mal haben. Okay. Ich könnte hier theoretisch auch mit den Burner Geräten arbeiten. Erstmal. Theoretisch. So, was heißt Du? Wir hatten jetzt hier... Was? Achso, hier unten müssen. Hier unten müssen noch zwei... Ich hab mich gerade gewundert, wo sind meine Burner-Ohr-Koscher hin? Ich hab doch Burner-Ohr-Koscher gebaut, aber die hab ich schon hingestellt. So. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich sage dir gleich von Anfang an, ich hoffe du übertreibst es nicht gleich von Anfang an wieder, ne? Nein. Ach, kacke. Oh nein, ich brauche noch 11,5 Kupferplatten. Die sollten da sein. Äh, Quatsch, 11,5 Kupferplatten. Auch die sollten da sein. So. Das müsste dann jetzt doch schon mal... Und da... So. Bis nach dorthin. Okay. Du machst bitte das, das, das. Du machst das. Und dann... Wie machst du das? Ja, ich brauche jetzt erstmal Knickarme. Und Strom mästen. Sonst geht's nicht weiter hier. Okay. So. Okay. So. 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 Wie ich sehe. Ich sehe Zavorite läuft. Ah. 2,3,4. 8 Kupferplatten noch, 8 verdammte Kupferplatten, ok, wie sieht das mit Strom aus, ok, kommen wir jetzt so langsam aber sicher an die Grenze, ah, steht aber noch, deswegen sage ich ja nur so langsam aber sicher, da hast du bescheid, wenn deine Anlade läuft, dann kann ich sie nicht machen, aber bei weitem noch nicht, fehlt halt massiv an Kupfer das sieht wenigstens schon mal mit Eisen gar nicht mal so schlecht aus, also beziehungsweise mit Kohle, da haben wir tatsächlich schon mal eine gute Menge, ja, wie gesagt, mir fehlt es ja massiv an Kupfer, kannst du an Kupfer nochmal irgendwie ein kleines bisschen ausbauen, ich habe schon gemütlich aus, ok, Okay. Wir haben zu wenig Strom. Warum haben wir zu wenig Strom? Vielleicht war jetzt mal wieder alle Polo Erzweiler laufen, weil ich ein bisschen Polo dann auch von da brauchte. Gar nicht. Knapp zu höhere nicht. Gleich war die Steck. Ich bin schon oben. Na gut, wir haben 11 Förderer laufen, die hier schon 990 kW verbrauchen, wenn sie auch voll auslaufen. Und wir haben nur 900 kW Leistung. Haben wir schon, wie viele Kette haben wir? Einen. Dampfmaschinen haben wir. Dann brauche ich erstmal eine Dampfmaschine, drei Dampfmaschinen und einen Kessel. Hast du befeuerte oder elektrische Klinge? Du brauchst Dampfmaschinen, Kessel stehen da noch. Es ist alles vorbei für noch weitere drei Kessel. Achso, die stehen schon. Ja. Das war ja die Frage. Du hast nach Dampfmaschinen gefragt. Ich hab erst nach Kessel in der Dampfmaschine nicht mehr selber geschaut über das Stromnetz. Ich hab gesagt, ein Kessel. Ja. Du hast gefragt, wie viel haben wir? Ich hab gesagt, ein Kessel. Wenn du sagst, es ist drei, dann haben wir doch drei. Nein, wir haben... Du kannst jetzt zwei Dampfmaschinen an ein Kessel hängen. Ja, ich weiß. Ja. Wie viele Kessel stehen da jetzt? Also... Wie viele Dampfmaschinen könnten wir dran stellen? Es stehen zwei Dampfmaschinen und eins Dampfmaschinen. Das war doch die Frage. ja... So, dann, na... So, wie sieht das mit Kohle aus? ok kohle haben wir massive schwierigkeiten jetzt der mann war zwei weitere erzfeuer müssen wir erst produziert werden naja so massiv sind die jetzt auch nicht wir haben überschuss jetzt muss ich nur erstmal volllaufen aber so 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 das sieht doch schon besser aus so komm schon bauch fertig da so 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 ich brauche kupferplatten mensch wie kommt denn das so 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 So, hau'n's rein bis zum nächsten Mal und tschö 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 ...